Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Lachen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Lacht, lachte, hat gelacht. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich lache. Du lachst. Er lacht. Wir lachen. Ihr lacht. Sie lachen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich lachte. Du lachtest. Er lachte. Wir lachten. Ihr lachtet. Sie lachten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gelacht. Du hast gelacht. Er hat gelacht. Er hat gelacht. Wir haben gelacht. Wir haben gelacht. Ich lache. Du lachest. Er lache. Wir lachen. Ihr lachet. Sie lachen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich lachte. Du lachtest. Er lachte. Wir lachten. Ihr lachtet. Sie lachten. Den Schluss macht der Imperativ. Lache du. Lachen wir. Lacht ihr. Lachen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb lachen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Das war's. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020